Nein, wir haben einen Mark drauf, wenn nicht der Mark ist der andere. Naja, ich war heute Morgen in der Schule. Fängt an mit einem Sehen auf einem Feld. Hört auf, die Helleste, dann macht er einen Helleste auf dem Feld, macht er eine Weiße, Gerste, Kartoffel, alles durcheinander. Oh, ja, das ist nicht so schön. Hab ich gesagt, wir würden hier den Pferd und Bamm. Naja, okay. Hier doch, jetzt fallen neun Hellestein, wie seht, und du kannst nichts mehr machen. Naja, deswegen mach ich jetzt erstmal hier das fertig, das fertig, dann kann hier eingesät werden erstmal wieder. Und dann kann ich mich dann, wenn ich hier mit fertig bin, mich dann mit dem Feld neu beschäftigen, wenn das dann fertig gegobt ist. Ja, aber das ist schon, Problem, jetzt gerade wieder eingesät. Naja, dann muss wieder heißt der Marco, und mir das nochmal eben wieder grob an. Ja, aber hallo, er hat ein Gerät, das kostet 50.000. Und dann wieder grob an, wird wieder 50.000 gemerkt. Ja. Da schnarcht es gerade, halt, Herr Schwede. Das ist heftig. Und die Sonnenluge, die man nicht hier habe, die muss ich schon in Brotfabrik. Ja, das macht Sinn. Also der soll dann hier mit Gülle gemacht werden, oder was? Was soll das schon so Gülle-Ding? Ja. Ja. Ja, ich hab ihn noch nicht verkauft, ich hab ihn ja, das, äh, das, äh. Dünger, wir stimmern, dümerlingern le HAVE machen, und dann da, asem wird Gülle. User, join your channel. ein wunderschön was ist hier los voller Belegung ja ich bin äh grad am schneidert bei euch auch so wie bescheuert was für Schneeflocken gerade ist ja abartig ja aber und auch die erreicht nicht so normal ich wollte gerade die Schneeflocken gerade ja aber auch so wie wir kommen richtig fett runter heute war der Weihnachtsmann drauf wird hier oben so ungefähr als Kopie ein bisschen was Blaues hier und die Schneeflocken so groß wie Kiko Bälle auch weil wir uns langsam hier angucken und und war und aus dem das wäre als Schöpfer ein bisschen als ein Kopie abbrüßt Ablauer Sachen und es kann nicht die Regenbieter Kumpel der Timur ich habe noch nicht gemacht es kommt in der Sitzung wir haben dennoch ja ja also ich hab jetzt um um ja aber auch gesagt das hat würde ich nicht machen hat hat die Gäste auch gehabt wenn man heute ist der eine eine in den Bremen einer Reihe gedacht so du bist ein Dampfloch ja das gelächte extrem er war eine Sache aus auch hier eine Folge ab jetzt muss ich dennoch schneiden man will die Leiter gleich noch eine Folge ab der doch nehmen auch noch Prozent mehr als jetzt habe ich jetzt und zwar glattweg zu diese Barca 20 hat er auch die neue Map allein lauten Laurembach Nelly hab ich zwar schon unter meinen Favoriten geschmissen aber noch nicht dort die Erschöhnung die Map da ist es ja wohl mal auf Olof und aufnehmen würde ich sagen die heißt die noch mal ein paar allein Prozent noch ein Wort ich habe ich bin jetzt aber auch und alter Rechner aber neue Rechner für schmiert um die viel besser zu alter Rechner ich glaube alter Rechner wie immer durch den 10 FDR und bei Neuern über 30 FDR weil ich habe jetzt hier flüssig durchgehen 60 FPS wenn nicht mal wie großartig besser zu und ich habe und die Karte sagt ja also erst mal wieder weg ich will euch gar nicht stören und die Bischmarke gestört wird ich weiß der Titel ist der der ist es eben ein katholisch heute Morgen bei der Aufnahme mit der Amor 3 wenn es benötigen dort gelacht in Nordkorek zum Nordkorek bei der Kutter mit hat wir hätten wo er war die Bühne gemütet bei ihr das warum man die ich bin vorliegen vorliegen es ist sie ist ich bin fertig mit dem Feld hier also wie wir jetzt jetzt bei feld 9 machen und dann mal wieder alles neu einsehen also einfach drüber fahren was ich bescheid es war harry style da ist das scheiter wird ja immer mit Külker 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 oder Mett oder Dünger gefahren werden und dann was einsehen und ich hab ja der Dämmischung drin das würde auch sonst wenig Sinn ergeben wenn man es andersrum macht ja ich bin ja nicht mal rund gefahren mit der Sonneblumen ich hab schon ein Dresche schon voll ja das ist doch super und dann wieder das Feld hin ach ja Marco was willst du machen was was willst du machen mir füttern ach Junge ich gehe jetzt hier scheitert von ey Dann wieder da, dann wieder da. Ich verkaufe das bei der Fotolage hier, da steht mir shit händigen Weg. Hat einer vom Server hat gestern noch 90 Millionen Euro gescheitert. Das ist echt nervig. Das verstehe ich. Bis du Aufnahmen machen haste 2,8 Millionen, hast du draufstehen. Kommst du draufstehen mit 90 Millionen drauf. So, Feld 9 ist gleich, finde ich. 10 meinst du, oder? Äh, ja, genau, Feld 10. Ach, E-Mails, ich hasse es. Ja, diese Scheiße haben wir erfunden, ne? Ja. Dadurch, dass ich ja Windows 10 habe. Da habe ich auch, ja. Wenn wir alle E-Mails an die Zeit, die sich gerade bereit sind. Wir sind nicht. Wettel, ich will nicht. Wettel, ich will nicht. Worte, da war doch was vergessen, denn da war das stimmt so. Und dann mit der Laufenden, da war das. Da war der Worte, der war das, da war das, das ist die Verpflichtung. sind Verlaken bei der Schwede und jetzt ist es sich in der Führung des LKW du bist doch die Gründe und auch mehr kommen Bauern von Umführer Prozent Jahr wollte ich immer noch mal angriffen in den letzten zwei Wochen Prozent Ich wollte die, wie heißt die? Ich habe auch eine Map gefunden und die wollte ich auch umbauen. Wie heißt die jetzt wieder? Ich dachte mir was. In Römmersberg. Ja. Oh ja. Ich wollte für Römmersberg laufen lassen und dann ganz nach Pendo in Holland. Ja. Ja. Die werden so 150 Kilometer stark. Mit 104 Haltestelle. Ja, wenn ihr uns mal gebt, so ein Link dazu oder irgendwas, dann werden wir die vielleicht mal fahren. Weil ich habe jetzt noch nicht gut zu anfangen. So, ich dachte jetzt schon. Also falls ihr immer mal Hilfe braucht, also ich könnte versuchen, das mit Donauern. Ob ich nichts... Alle können... Ich war natürlich zwar dran, aber... Ah, mach ganz ja mal probieren. Was hat man zu verlieren? Zu verlieren. Um, die Einführung ist einfacher. War das nicht schon immer alles einfacher? Ja, war nicht so. Ja. Krieg ich die Limburg-Map gebaut, hab ich um die. Oh Mann. Das war eigentlich schon immer alles einfacher, das wird eigentlich immer alles nur schwieriger. Ja, das war eine schöne Map-Bar, die hatte... 2.5 Haltestelle auf einer Strecke. Ja. Boah, dann werden die Türen auf jeden Fall häufig auf und zu gemacht, sagen wir es mal so. Das A, die arme Taste, die hat Wachen. Ja. So. Ja. Bei mir hat der Knopf Nummer, Nummer 10 auf der Lenkrad von LS. Ja, ich hab ja, was da benutze ich noch manchmal, oder ich hab auf meinem G-G7, habe ich ja da zwei Knöpchen, da sind sie drauf. Ja. Ich glaube, Sascha ausgeht, die wir 20 gekauft. 500 Euro. Oh. Ah. Gab's billiger bekommen. Okay. Ich mein, der... Also für 100 Euro ist heftig. Ich mein, der fahr mit dem Lager so, äh, Lenkrad. Achso, ja, das ist, äh... Ja, das ist ja nicht immer noch bei Preisen von 5 Bösen. Ich sag dir, Sascha, wir fahren bis nicht in Holland, bei Mediemacht-Holland. 199 Euro. Na, ich kaufe mir mal eins, ich geb dir das Geld, nein. Ich lass mal, wo wir jetzt schreiß, ich glaub das billiger. Ja. Ich hab's auch mal mit dem Markt gekauft, ich hab's nur 190 bezahlt. Ich hab mit zehn nach Holland. Nein, ich hab mir acht gemacht, ach, 250 Euro, das macht nur über 5 Euro billiger. Danke. Bei mir einfach googeln, das ist ja richtig geil. So, ähm... Viel Spaß beim Aufenden. Ja, auch. Danke. ja der Opel spart und macht mit dem Motivisten ja Dampflog ist ja ja das so Thema Dampflog ihr seht es alles sehr spontan also ich bin ja schon mal hat das ist los hallo so noch eins ich hatte mein moment mark hatte hat sich jetzt erlaubten zwar zu wochen so ein bisschen er hat danke für die Blumen dieser Schenke um naja jetzt läuft aber mit 60 FPS aufs Server ist nicht schlecht ich habe nur 40 also ich bin 60 FPS durchgehend aufnehmen ist schon geil jetzt habe ich wieder 60 also mit 60 FPS das ist schon super da kommt doch wieder mit der Alkohälen gefahren ich bin hier auf meinem Feld ich mach ja nichts ich zum dich dann abtanken ich bin ich zum dich dann abtanken du fangt überall den anderen Land ans legen dann geht's wieder was anderes machen das nervt ich habe jetzt gerade die Hopfen eingesammelt habe sie abgefahren die Hopfen angesammelt ich habe angesammelt wer hat die Seite noch höher gestellt ich habe die nicht hoch gestellt das nervt das nervt echt dann noch auf eins noch ab da seht ihr fällt neun in der Erde zu einem und dann geht's wieder was auch noch machen so kann ich keine Aufnahmen machen wir wollen der der die 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 für die 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 da war man weg da so damit wenden wir auch die erste folge wenn sie euch gefallen hat dann lasst es auf jeden fall auch einen daumen nach oben da wo wir auf jeden fall auch beim lieben harry vorbei der auch versuchen die aufzunehmen ich mache keine aufnahme mehr recht nicht trotzdem hat es euch gefallen lasst einfach daumen da in der nächsten folge bis dahin ciao ciao